Grüß mal nebenbei. Ich bin der Don von OKR. Wir waren hier gerade beim Videodreh. Das war ein paar Szenen für mein Let Me Wait Video. Und natürlich Azoel Sexuel hat ihn längstens wieder an der Kamera, so wie immer. Unser Cameraman und Supporter und was irgendwie alles ist, der ist der Überking. Dann natürlich noch Gruß an Azoekario und an Gino. Olek. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sehen uns Leute. Der Don. Wir sehen uns immer wieder. Wir sehen uns immer wieder. Wir sehen uns immer wieder.